Hallo und herzlich Willkommen bei HistoryHeroes.de Entsprechend passt bitte auf, wenn ihr den Weg hier lang lauft. Genau, was Christian sagt. Ganz wichtig. Seid bitte vorsichtig. Ihr seht, hier geht es echt lange und steil runter. Und wir freuen uns gleich schon, oder nachher schon, wenn wir wieder hoch dürfen. Und ja, findest du nicht, dass das hier so ein bisschen was von Herr der Ringe hat? Nee, ich dachte eher Hund von Basketville. So ein Moor. Ja. So, also ihr seht hier den... Oh, guck mal, was ist denn hier? Die Kapelle hat man stehen lassen. Ich würde vorschlagen, Kaffee und dann die Kapelle erkunden. Ja. Gut. So, über diese kleine Brücke hier. Guck mal dann hier hin. Und du leuchtest hier diese Grotte aus? Ja, Philipp. Sehr eindrucksvoll. Also hier wird vermutlich mal so was wie eine Art Lodgrotte oder so gestanden haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020